Bist du deppert? Das Problem ist halt leider, dass ich es leider nimmer sehe wie früher. Ich weiß nicht, was da wieder YouTube sich gedacht hat, oder? Für ein Blödsinn, oder? Aber. Worg. Worg. Bist deppert? Worg. 21, 22, 25, 29, let's go. Na, da ist schon wieder der Huren. Ah, der, der geht mir morsch. Der geht mir fest am Arsch, gerade wenn es um den Turm geht. Gerade wenn es um den Turm geht, da geht es mir richtig am Arsch. Weil der einfach viel zu viel Panzerung hat. Wieso hat der Huren so viel Panzerung? Das darf nicht sein. Das darf ich anfangs nicht haben. So viel Panzerung. Oh, mashallah. Haben wir schön durchgestartet, würde ich mal sagen. Oh, ho, 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 ho. Ja, da bin ich mir so am Schierwischt. Oh, da kommt die nächste Charge, oder was? Oh, 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 oh. Geh dir, geh dir, geh dir, geh dir, geh dir. Ja, sehr schön, ist es wurscht, ob er mitlässert, ob er erwischt hat. So scheißen geht der Huren. So, da haben wir gleich wieder ein Weniger. Ho, 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 ho. Ha, der Schüdel. Ich liebe es. Alter, wenn wir den Schüdel nicht haben, Alter, mashallah. Dann wären wir so richtig weggeflext worden. Oh, komm, mehr da. So, einmal. Na was? Na was? Willst du jetzt was ausprobieren, oder nicht? Oh, wie lieb. Volle Wäsche daneben. Da wartet er wenigstens schon mal. Aber voll lieb. Oh, schöne Schwachstelle ausgenutzt. Ah, die scheiß Reiweite, Bodi. Wieso? Okay, passt, das haben wir eh mit zwei Leisten voll. Da geht es dann eh in Ordnung. Oh, da hat er sich schon draufgekommen, der kann flexen. Und dann, Mami, bitte hilf mir. Ich glaube, der kann sich definitiv nicht teleportieren. Hoffen wir es mal zumindest. Boah, Huren's Nervensäge. Oh, dafür geht er wenigstens schnell mehr. Oh, so halbwegs. Halbwegs schnell. Sag mir's nicht so. Hä, 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 schüttel. Oh, mach mal heilung. Mach mal den hier auch. Oh, der Loch, der Teppert. Nein. Selbst die blöde Funsen. Du, sag ich wohl mal eine Teleportation machen. Okay. Ich würde mal sagen, weit ist er kommen, oder? Das tut er im Boden. Alter. Leck mich im Arsch. Oh, weit ist er kommen. Maschallah. Der hat sich gegönnt, die Teleportation. Wie den wahrscheinlich ein Vermögen gekostet haben. Oh, perfekt. Hast du jetzt trotzdem eine Hilfe? Bei meinen Videos. Soll ich dir das auch noch schicken? Bei meinen. Oder brauchst du das und das hilft? Weiter. Wie alt sind die Kommentare? Ich glaube, 5, 6 Jahre alt, oder? Irgendwas in der Richtung, oder? So weit ich weiß. So 5, 6 Jahre alt sind's. Spaß bestätigen und tschüss. Ah. Ah, okay, okay, okay. Perfekt. Dann gleich mal freischalten. Ist das jetzt schon der Endgegner? Muss nicht so ganz so sein. Da war noch irgendwas mit Feuerreich. Ich hab ja noch große Hoffnung. Dass ich das Feuerreich nanzier. Sehr Stiggy. Muss die nächste Woche zu mir Nudeln fressen gehen. Schau mal, dass wir das irgendwie schaffen zeitlich. No thanks necessary. You are giving me another chance to face my brother. We have all the pieces in place. It is time to face Macros' Das ist immer profit.